Halt's Maul, ich schicke dich auch noch zur Bundeswehr. Ey, Hälfte Koste! Mach mal was! Halt's Maul, ich schicke dich auch noch zur Bundeswehr. Gut. Halt's Maul, ich schicke dich auch noch. Halt's Maul, ich schicke dich auch noch. Ich schicke dich auch noch. Wie lange noch, Matze? Die Züge ist noch. 5 Minuten auch gerade. Was? Prünger als ich? Ab so zu vom Ohr, klar. Ja, auf Musterung. Hättest du das Geräusch an? Ja. Ja. Ach, wie lange. Ach, wie lange. Hättest du dich verraten? Ja. Ja.